Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Spinat Gouda in Blätterteig gebettet. Hier fehlt noch ein Einleitungstext. Für 1 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 50 Gramm Rahmspinat gefroren, Scheibe Gouda Jung, 2 x 10 x 10 cm Blätterteig gerollt, 1 Eiweiß, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, zähe Knoblauch, 100 Gramm Bulgur, 100 Parboiled Reis, etwas Curry, beliebiger Salat plus Dressing. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Ofen, 1 Eiweißpinsel, Messer, Schneidebrett. Zubereitung Die Knoblauchzehe in dünne Scheiben schneiden, das Eigelb in einen keinen Behälter trennen. Den Blätterteig nebeneinander legen und den Spinat gefroren mit einer kleinen Prise Salz in die Mitte des ersten Blätterteigs legen. Den Gouda mit ein paar dünnen Scheiben Knoblauch auf den Spinat belegen, mit Eiweiß den Rand des Blätterteigs bestreichen und die zweite Scheibe Blätterteig als Hut auflegen und die Seiten miteinander verkneten. Bei 170 Grad Celsius Ober- und Unterhitze backen bis die Blätterteigtaschen goldbraun sind. Den Bulgur und Parboiled Reis kochen, salzen, mit etwas Curry fein abschmecken und vermengen. Den Beibiegensalat anrichten und mit der fertigen Spinat-Gaudatasche servieren. Diese Varianten gibt es. Punkt, Punkt, Punkt. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!